Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite Video von mir und lang habt ihr tatsächlich gewartet, aber es ist nun endlich soweit. Ja, wir bekommen endlich unsere kostenlose Belohnung, aber mehr dazu kommt natürlich gleich. Vorher muss ich noch ein bisschen Werbung machen, denn jetzt wo die Klicks wieder laufen, die neue Season wieder da ist, muss ich ein bisschen Eigenwerbung machen, damit sich das Ganze auch lohnt. Also wenn ihr in Zukunft rund um Fortnite nichts verpassen wollt, lasst doch jetzt schon mal gerne ein Abo da und die Glocke aktivieren. Wenn ihr den Battle Pass noch nicht habt oder Bock auf den Bangor Boogie Emote habt und eins von den beiden Sachen gewinnen möchtet, dann macht bei mir mein Gewinnspiel mit. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach ein Like da lassen, ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und meinen Creator Code Meta-8 im Gegensatzjob eingeben, um mich kostenlos zu unterstützen. Wenn ihr das Ganze gemacht habt, schickt es mir auf Instagram, dass ich weiß, ihr habt es auch wirklich gemacht und schreibt in die Kommentare, welches von den beiden Sachen ihr haben möchtet. Entweder den Battle Pass oder das Bangor Boogie Emote. Aber nachdem wir jetzt die ganze Werbung gemacht haben und wir schon eine Minute verschwendet haben, kommen wir direkt zum eigentlichen Thema des heutigen Videos. Ihr kennt den Finanzchef Fallobst-Skin. Ja, den Skin haben wir ja tatsächlich als Belohnung bei dem Hashtag Free Fortnite Turnier sozusagen freischalten können, aber uns oder unserem Konto wurde das bis heute noch nicht gut geschrieben. Jetzt haben wir aber neue Erkenntnisse und wenn ihr euch ab heute einloggt, habt ihr die Möglichkeit, den endlich in euer Account oder in euren Spend zu bekommen. Ja, das Ganze kann natürlich noch ein bisschen dauern. Die ersten haben schon den Skin bekommen seit heute, also loggt euch auf jeden Fall ein und schaut immer regelmäßig nach. Ich muss tatsächlich sagen, ich hätte euch das gerne gezeigt, wenn ich den Skin bekommen habe, aber leider konnte ich da nicht mitmachen, weil ich einfach verhindert war und bei der, also ich war einfach arbeiten. Ich konnte bei dem Turnier nicht mitmachen und keine 10 Punkte erreichen, denn ihr braucht eigentlich nur 10 Punkte zu machen bei dem Turnier. Wenn ihr die 10 Punkte erreicht habt, dann macht euch keine Sorgen, ihr kriegt den Skin früher oder später gut geschrieben und müsst euch da keine Sorgen machen. Ihr bekommt den auf jeden Fall. Habt ihr da mitgemacht? Ja oder nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ansonsten schreibt mir auch mal gerne in die Kommentare, ob ihr ihn schon freigeschaltet bekommen habt oder nicht. Interessiert mich nämlich. Ich glaube, auf der Playstation ging es schneller als auf der Xbox und auf dem PC. Ich kann mich aber täuschen. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Mehr dazu kann ich euch leider nicht sagen. Nichtsdestotrotz, ja, lasst auch immer ein Like da, Abo da lassen, Glocke aktivieren, Creator-Code mit 10-8 im Gegensatzjob eingeben. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt gesund, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.